Oh, fuck, ey! Wer weiß, wann wir aus der scheiß Pampa hier gerettet werden! Warte, ich helf dir. Oh. Sieht doch schon viel besser aus. Spinnst du? Der war von Gucci! Gucci-Fucci, jetzt ist er praktisch. Jetzt pass mal auf, du Lappen. Ich klatsch dir gleich eine. Mach dich mal locker. Prinzessin. Wie bitte? Ey, hörst du das? Was denn? Mach mal leise. Was ist das? Wahrscheinlich der Föhn aus dem Friseursalauf. Los, komm mit! Frisches Wasser! Die anderen werden uns lieben! Wow, das ist schön. Was machst du denn da? Was sieht's denn aus? Wir schwimmen natürlich. Ihh, da drin, ne? Logen, komm! Weißt du, es gibt Meer-Mädchen und es gibt Pool-Mädchen. Ich bin definitiv ein Pool-Mädchen! Merk dir das, Jochen-Kowalski. Da! Cool, oder? Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Jetzt komm! Oder hast du etwas schießt, Jochen-Kowalski? Untertitelung des ZDF, 2020 Lochen, was machst du denn hier? Das heißt, ein Flieger. Das ist mir eine echte Chance. Schwimm sofort zurück. Ich komme mit. Zu zweit sind wir stärker. Kuck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.